So, und für diesen Kampf... Äh, wo ist das Vieh? Da. Ja, das findet ihr jetzt nicht mehr so süß, ne? Übrigens ist es das stärkste Vieh im Spiel. Nein, das ist kein Gelaber. Es ist nämlich das einzige Vieh im Spiel, das wirklich unbesiegbar ist. Ähm, so, zurücksetzen. Für diesen Kampf empfehle ich euch, entweder den Blitzzauberkreis drin zu haben, oder den Splitterball. Oder die Spiegelbombe, ich glaub, die macht Betäuben. Ich bin... Warte, Moment, mal eben durchlesen. Wir haben also den Feind für Nina gehalten, um uns zu greifen. Nee. So ein Spiegelbombe bin ich mir nicht sicher. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Splitterball funktioniert. Deswegen das Vieh möglichst mit Splitterball festhalten. Und ihr sollt versuchen, eure Party zwischen... Zwischen Cupid und diesem Vieh zu bringen, damit Nina nach hinten hin das Vieh weghalten kann. Und ihr zu Cupid hinlaufen könnt. Was ich jetzt auch machen werde, ich würde mich hier näher dran stellen. Wobei, ne, ich setze zurück. Die hat so einen fiesen Wegstoß-Effekt gehabt. So, dann heilen wir dich nochmal um 100. Nur um sicher zu gehen. Okay. Hab ich dich schon zurückgesetzt? Moment. Ja. Ja, ich wollte AP sammeln, ne? Jetzt finde ich... Ah ja, so ging's. So lange nicht gespielt. Okay, hier ebenfalls AP sammeln. Ja, ich hätte mit ihr ein Stück vorgehen. Befehl. Du kannst so viel befehlen, wie du willst. Das bringt gar nichts. So, du läufst jetzt... Genau. Wie ihr seht, Schaden untersteht's. Und Koto kann nicht verletzt werden. Ah ja, was ihr von dem Vieh klauen könnt. Momentchen mal, das hab ich ja voll verpfeilt. Eh, weg mit dem ganzen Müll hier. So. Ah, jetzt muss ich nur noch die Seite finden, natürlich. Ach, du bist ja toll vorbereitet. Die Leute werden lieben, wie vorbereitet du es bist. Von ihr kann man klauen. Silberbogen plus 4. Gottmantel plus 4. Und das einzige Interessante ist wahrscheinlich Gottmantel plus 4. Von dem Typen kann man, äh, Celtis plus 9 klauen. Aber ich glaub, das war die Waffe mit nur Schneiden oder so. Und Superschwer plus 3 kann man von ihm viel klauen. Also nicht der Rede wert. Das einzige, was wirklich interessant ist, ist der Gottmantel plus 4. So, wir laufen jetzt mal vor. Schauen wir uns hier so hin. Und pflastern den Weg mit Splitterbällen, die gleich die anderen laufen werden. So, jetzt noch einen. Und warte mal, ich werde hier noch einen hinsetzen erstmal. So, am besten irgendwie dazwischen. Na, kriegst du das gedächselt? So. Okay. Ich hoffe, die kommen jetzt auch alle ran. Wahrscheinlich nicht, ne? Hö, hö, doch. Wunderbar. Ich hatte schon mit dem Schlimmsten gerechnet. So. Dann wollen wir es. Seid nieb. Nein, ich hab's aufs Falsche gemacht. Verdammt. Wie ich das hasse. Wieso haben die hier... Scheißspiel. Scheißverdammtes Spiel. So. Entrüsten. Vertikalheb. Schildspalter. Wenn das jetzt die 10 Punkte sind, die mir fehlen, dann ticke ich aus. Ja, das sind genau die 10 Punkte, die mir für einen extra Angriff gefehlt haben. Dankeschön. An mich selbst. So, dann nutze ich das mal, um so ein bisschen zur Seite zu gehen, damit das für mich nicht Dreck angreifen kann. Und was ist heute mit meiner Nase hier? Jux. Los. Hab ich Heuschnupfen bekommen, oder was? So, langsam rangehen. Da. Da ist sie in der Angriffsreichweite. So. Nein, nicht schon wieder das Abpassung. Gott, verdammt nochmal. Ah, zu langsam. Das hier. Ah, hier. Bleib hier. Nimm das. Das war's. Explodiere. Lass tanzen. Boom. Boom. Und da fehlen mir auch 10 Punkte. Was soll das? Egal, die kann ich benutzen, um hier vorzustürmen. Und am besten darüber. Wie gesagt, ich will ja möglichst das Vieh zwischen die Party... Die Party zwischen die beiden kriegen. Ich glaub, jetzt macht die einen Rückstoß, Scheiß. Ne, Blizzard. Okay. Blizzard ist halt so schön. Tut ein bisschen weh. Tut ein bisschen Aua. Das war's dann aber auch. Oh, shit. Ein bisschen viel. Gar nicht so in Erinnerung, dass es so viel Schaden gemacht hat. Was ist denn los heute? Dann werde ich wohl oder übel eins meiner sehr wertvollen Traum-Kids rausschmeißen müssen. So, die wertvoll sind, werdet ihr noch sehen. Nein. 100, 101, 102. So. So ist das optimal. So. Media sollten wir auch ebenfalls da ran. Ich hoffe, das Vieh läuft so rein. Ich bin mir nicht sicher. Egal. Ich hoffe, die macht jetzt nicht Blizzard, sondern Stöß und Zweck. Ach, Befehl. Ha. Darüber lache ich. Bringt eh nichts. Und ich hoffe, die zwei Zauberkreise verschwinden mal. Jawohl. Optimal. So. Optimal. Optim. Optimal. Ähm. Bewegen wir uns nicht näher ran. Und Splitterball. Jetzt machen wir genau das, was geplant war. Ah, ich hätte vorher löschen machen sollen. Zauberkreise löschen. Egal. Wird schon schief gehen, der eine Kreisrechter auch. So. Langsam vorgehen. Jetzt kriegst du meine volle Macht zu spüren. So. Ähm. Nicht das. Nicht schon wieder. Willst du mich verehren? Seidenehieb, aber. Seidenehieb. Entrüsten. Vertikalehieb. Schädelspalter. Rundsiebel. Wir durchbrechen die Verteidigung. Funk. Todesboote A und die AP passen perfekt. Wunderbar. Noch ein. Boom. Und da kriegst du den Schaden. Ne? Das gefällt dir nicht. Das gefällt dir nicht. So. Was ich eigentlich nicht verstehe, ist, kommt jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Ist mir mehr nach ein Mädchen aus, muss ich sagen. Ich kann aber auch voll daneben liegen. Also, hört nicht hin. So, ich habe gar nicht geguckt, wie viel Appi hatte ich eigentlich. Scheinbar genug. Explodiere. Lass tanzen. Boom. Ich liebe diesen Angriff. Ich liebe ihn. So. Lin. Kriegt jetzt wahrscheinlich aufs Maul. Egal. Sie ist es mir wert. Einerfeuer, bist du noch dran? Ja, lauf. Was zum... Ach, Schild. Haha. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Optimal. So. Splitterball. Ähm... B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Okay, dann machen wir das anders. Laufen ja so ein bisschen hin. Dann setzen wir da den Splitterball hin. So nah wie möglich nach hinten. Rio auf den Fuß natürlich. Hehe. Okay, jetzt habe ich eigentlich noch genug, um ein bisschen anzugreifen. Ich weiß nicht, ob es durchkommt, aber ich versuche es mal. Was Besseres kann ich mit der AP eh nicht anfangen, oder? Rütteln. Ja, ich habe so das Gefühl, das wird vorne und hinten nicht reichen. Aber egal, ein Versuch was wert. Eistrahlen. Ah, vielleicht doch. Ja, doch. Mit Blizzard sollte ich Schaden machen. Ja, vier Schaden. Äh. Oh, komm. Und noch ein Blizzard. Ja, doch. Hat sich gelohnt. Ist ganz ordentlicher Schaden. Oh. Die Fähigkeit ist so geil. Mal in Ernst. Wer sollte das in echt überleben, wenn auf einmal so riesige Eisspitzen aus dem Boden unter einem wachsen. So. Auf den Zauberkreis. Und AP sammeln. Und du musst da mal weghinken. So, am besten hier so. Und auch AP sammeln. Mhm. Was musst du jetzt? Hoffentlich nicht Blizzard. Alles andere ist mir Schnuppe. Na, Blizzard. Das tut Aua. Wenn meine Rüstung nicht so gut ist. Ich hab ihr beides geklaut. Das heißt, ich hab Gottes Mantel geklaut. Das ist wunderbar. Uh. Lynn ist mir fast drauf gegangen. Ich muss sagen, ich hab zum ersten Mal so Probleme mit der. Ich verstehe gar nicht, wieso. Die anderen Male ging das viel einfacher von der. Was zum. Nein. Nicht das. Das da. Die 200er auf alle brauche ich noch. Brauche ich definitiv. Okay. Nein. Splitterball. Dahin. Und dann rennen wir ein bisschen vor. So. Ich hoffe, Rio kommt jetzt dran. Oder das könnte ziemlich hässlich werden. Nein. Nein, er kommt nicht ran. Gegenstände. Ja. Auf dich selbst. Sollte laufen. Mhm. Na gut. Dann AP sammeln. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. So. Da bist du in Angriffsdrechweite. Mhm. So. Heilen wir dich auch mal. Ja. Den Gegner heilen. Bist du vollkommen des Wahnsinns. Ähm. Nein. Die da. Ja. Ich hoffe, das reicht. Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl. Lass tanzen. Explodiere. Ja. Ein bisschen Schaden habe ich durchbekommen. Rio müsste gleich das Ganze beenden. Müsste. 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 Äh. Komm schon. So. Befehl. Ja. Den kannst du so aufmachen, wie du willst. Mhm. Wird dem Opossum aber nichts nützen. Was? Äh. So viel dazu. Naja. Ein Fehl muss auch mal sein. Ohne Spaß. Die hat mir in den ganzen letzten Versuchen nicht so viel Schaden gemacht. Ja. Ich denke, das ist sowieso jetzt gelaufen. So. Zeitneep. Entrüsten. Verticaeep. Schädelspalter. Boom. Rund um Säbel. Und Todesbote beendet das Ganze jetzt. Sicher wohl. Ja. Ich sehe es jetzt. Dieses weiße Licht. Das sind Flügel. Nein. Das ist Gott persönlich. What the fuck. Yeah. Level ups. Und wir erhalten den, äh. Schlüssel. Ja. C-Schlüssel erhalten. So. Gegenstände verwenden. Äh. B-b-b-b. Du musst mal vollgeheilt werden. Du musst vollgeheilt werden. Und Rio ist noch ordentlich dabei. Und wenn wir jetzt zu wollen, wenn wir jetzt zu wollen, genau, ich hab's schon wieder vergessen. Das ist verdammt lange her. Ich dachte, ich weiß es noch. Aber scheinbar hab ich mich da selbst angelogen. Wenn wir zu Vexion wollen nach, nach Kubin, ne, nein, nicht nach Roternseer. Wir wollen nach Kubin dahin. Wo muss ich denn lang? Wo muss ich lang? Wie heißt der denn? Ja, Vexicon. Wenn ihr also nach Kubin zu Vexicon wollt, dann müsst ihr den rechten Weg nehmen. Den da. Ich hoffe, ich labere jetzt keine Scheiße. Ich geh nochmal sicher. Wo, wo, wo ist das? Ja, da. Mhm. Safe. Slot. Äh. Eins. So. Um ganz sicher zu sein, dass ich keine Scheiße labere. Dem, 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 dem. Hier müssen jetzt ein Haufen Nervenmänner kommen. Wenn ich... Ja, ja, genau. Hier bin ich richtig. Alle. Eis rein. Was zum Geier? Er hat mich erwischt. Ach, kommt. Verarschen kann ich mich selber. Mhm. Soviel zu seiner extra Runde Verschwendung. Okay, ähm. Erstmal machen wir... Ach, da ist noch ein Dritter im Kampf. Äh. Erstmal machen wir auf dich... Ach, wie ekst das denn? Ach, das läuft hier mal wieder super. Ich glaube, das ist die größte Fehlaktion seit dem Start meiner Let's Plays. Äh. E-b-b-b. Ach, in Angriffstrich heute schon. Mal zurücksetzen. So. Da. Behalte ich sogar die 80 wunderbar. Okay, jetzt auch dich, Frost. Damit du besser getroffen wirst. Nachdem wir das erledigt haben. Schneller. 0, 4, Frost. Fieck. Blizzard. Entertainment's Presents. Mhm, 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 mhm. Und nochmal Frost. Und, äh, entschuldige mich mal, bitte, eben.